Ja, was soll ich sagen, schon mein Opa hat die Partei gewählt und sie mir halt empfohlen. Die Politiker, die sind furchtbar nett und jung vor allen Dingen. Die machen tolle Versprechungen von hoher Qualität. Die Auswahl ist auch ganz toll und überhaupt, die bieten mir jetzt vier Jahre Garantie. Ich muss nichts dazu bezahlen. Also, was bleibt mir übrig, vielleicht bei der letzten Wahl? Ich wähle die Partei. Sie ist sehr gut. Für mich als Letztwähler ist es doch vor allen Dingen wichtig, dass Politik nicht zu teuer ist. Und schon meine Großeltern und Eltern haben die Partei gewählt. Sie haben sie mir auch empfohlen. Da bekommt man qualitativ hochwertige Politik für einen niedrigen Steuersatz. Ich fand ja, dass ich zu alt sei, um die Partei zu wählen. Ich wusste gar nicht, dass man die Probeweise auf vier Jahre wählen kann. Ich habe auf einmal Sachen gehört, die kannte ich gar nicht. Es ist wie ein Knallerlebnis. Man geht rein, tapp, wählt und die Sonne scheint wieder. Ich fühle mich einfach gut betreut. Das ist wichtig. Ich habe meine Partei im Ohr.